hallo hallöchen hier ist wieder immer im ls 22 marsch in my single player wenn das wieder da seid zu einer neuen folge ernten geht dort gar nichts es regnet ja ich tue mein großes verhältnis zusammengelegt habe jetzt bearbeiten oder die steine einsammeln wenn das soweit dann fertig ist werden wir halten und dingen haben wir es vorbereiten und ja und dann werden wir anpflanzen müssen wir mal schauen was sie noch anpflanzen könnten wir sind ja jetzt im juni man aber in das haben wir gras und wenn man hat man lavendel könnte ich an als klee vermehrung spas meistens vorbei mit ansehen zum blumen auf das ist alles vorbei bis wir müssten oder sowas kann man auch noch ansehen in ja auch noch ein bisschen was verkaufen der märz hat nix da müssen wir mal sehen juli auf dem höchst preis der märz der märz der märz und nix Man kann gerade nichts machen. Das passt schon. Ich bringe da einen hin. Aber der wird jetzt hier erstmal einsammeln. Ich glaube, das müsste jetzt hier gewesen sein. Er müsste da jetzt hier eine Runde haben. Genau, jetzt warte ich auf die Bussenbahn, das Vorgewender. Die Ecke müssen wir mal sehen. Ja, es wird bescheiden, da die Ecke. Na, schauen wir mal, wenn es nicht ist. Schauen wir erstmal zum Anfang. Und werden da links rum das Vorgewende machen. Ja, die 20 Minuten hier, die waren auch schnell zu gehen, denke ich. Ja, jetzt ist halt gerade günstig hier wegen dem Regen, da kann man nichts machen. Aber wir können ja auch. Also, hier soll das sein. Abonnieren. ... ... ... ... ... von ob das rum das bringt ja dann Let's see it. vielleicht müssen links rein dass wir das da fahren können alles wir haben ja gar keinen lkw jetzt müssten wir jetzt zum mit dem dann vorne erst einmal das ist dann auch schon machen woher denn hier alles auch hier drinnen könnten wir ja noch ein bisschen jetzt hier ausladen gleich und 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 so dann müsste der ja jetzt auch gleich wieder kommen ich habe hier noch eine Schleuchung ich habe hier noch eine Schleuchung ich habe hier noch eine Schleuchung So, schauen wir mal. Auch alles? Ja. Genau und so, okay. Genau und so, okay. Okay, das geht dann auch noch. So, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Schauen wir hier gleich mal noch weiter. Alles dreckig. Halt Mist wenn es degnet, da kann man nichts machen. Da haben wir Speichern zwischendurch, genau. Das schon. Das schon. Das ist die Arbeit. Das war's für heute, bis wir hier verholt. Dann carpieren wir die Schaufer. Dann drehen wir die Schaufer. Das ist die Schaufer, bis zu den Schaufer. Das ist die Schaufer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so dann gehen wir natürlich gleich mal in die bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir natürlich dann auch gleich da. Ja, ich werde das hier noch online machen weiter. Ja, bei offline meine ich natürlich und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.